Leute, 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 ich hab was herausgefunden, glaub ich zumindest, also ihr erinnert euch noch an das Vieh, was da am Weg lag, wo ich mal nach oben gegangen bin und dann wieder zurück. So, ich kam jetzt auf die spaßige Idee während des Trainierens, als ich nach oben lief, Exe, ich hab die Reptilienflöte noch im Inventar, also hab ich die jetzt einfach benutzt und der reagiert drauf, also ich hätt sie jetzt gern aufgenommen, aber ich hätt nicht gedacht, dass der drauf reagiert, also trotzdem egal, weiter geht's. Na nun, äh? Ein schöner Klang, den ihr davon euch geht lang nicht mehr so was Schönes gehört. Ssss. Oh Schreck, was mach ich denn hier draußen? Dann geht, danke für jedenfalls für das Becken, ich muss dann los. Ssss. Und eigentlich hätt ich ja gerne geladen, aber der letzte Speicher stand jetzt noch in der Wüste von Dessert, ja deshalb etwas weit weg. Und jetzt schau ich mal, was sich hier hinten so eigentlich befindet. Oh, jetzt kommt was Neues. Ein Monster in der... Tjad? Ah, ihr seid das Dank nochmal fürs Wecken. Fühlt euch in der Stadt der Echsen wie zu Hause. Willkommen in Kro... 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 Krogar. Die Stadt gab's davor noch nicht. Torolunorek. Monster... Kro... Hier steht ein Stück namens Musikbox. Okay. Es kommt nicht auch vor, dass sich ein Lamia mit einem Samanda-Krieger vermehlt. Vermehlt, schreibt man mit äh. Glaube ich zumindest. Umso glücklicher bin ich, dass unsere Ehe schon so lange hält. Auf den... Also. Auf dem... Die... Dem Rücken dieses Buches steht der Titel Ich bin sauer, ich bin Fred. Fred? Der reisende Händler? Das dachte ich mir auch gerade, Erika. Ob wirklich der gleiche Fred gemeint ist? Das heißt, sei mal dahingestellt. Ich bin müde. Normalerweise bin ich nachtaktiv. Aber meine Frau... Oh. Hingegen ist tagaktiv. Das ist ein ziemliches Problem. Habt ihr hier eigentlich auch ein Waffenladen? Würde mich mal interessieren. Ihr seht geschockt aus. Hättet wohl nicht gedacht, dass es ein Dorf gibt, welches nicht von Menschen bewohnt wird. Was? Ja, normalerweise rottet man solche Dörfer aus, sobald sie existieren. Wow. Es ist zu moinen. Was ist aus unserer Organisation geworden? All meine Mitarbeiter sind schon seit Ewigkeiten weg. Was decken sie sich? Du kann mal... Ich unseren Service doch gar nicht anbieten. Nord, Süd, West, Ort, Ost. Alle weg. Sidequest, wo ich wahrscheinlich die Typen suchen muss, darf. Okay. Nord, Süd, West, Ost. Oh Gott, in den alten Ländern sind wieder welche. Das heißt, da werde ich demnächst auch wieder hin müssen. Kommt nicht oft vor, dass sich ein Mensch hier entführt. Benehmt euch bloß. Verstanden? Denkst du, ich ticke aus in einem Dorf, wovon alles von Monstern nur wimmelt? Ich bin doch noch nicht Suizid. Ein Buch mit dem Titel Das Feuer. Marlene! Für dich! Wer hat der Erhöhung? Wurde auch mal Zeit für dich. Im Band des Fucked Up kann man hier im Regal sehen. Ein recht seltsamer und... Ein recht seltsamer... Seltsamer und konzeptlose Truppe. Hm. Oh, Mensch. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne hier noch ein bisschen hierbleiben. Ich habe ohnehin gerade Hunger. Psst. Bogen raus, Erika. Der will mit deinen Pfeilen schlafen. Halt, den habe ich schon. Ich mag... Ich mag keine Fremde. Quacki! Nähne ich den Frosch einfach mal. Hey, hey, hey! Ich bin Halea Gleckuschuk. Hallene ich dich einfach nur noch. Dorfältester und Bester und einziger Schanamana unseres bescheidenen Dorfs, Dorfs, Dorfs. Warum will ich euch das sagen? Nun ja, ihr seid offensichtlich nicht von hier, hier, hier. Also, könnt ihr euch schließlich nicht wissen, wer ich bin. Meine Spezialfähigkeit, dass ich manche Gegenstände einen neuen hochfahrenen Leben einflüssen kann. Das kostet allerdings. Kommt einfach zu mir, wenn ihr Interesse habt. Na, ihr Wunderfamden, na? Möchtet ihr, dass ich eure Gegenstände verzaubere? Das kostet jedoch 2000... Gerne. Wunderbar, welchen Gegenstand soll ich verzaubern? Oh, oh, oh. Welch wundersames Ding. Das ist perfekt. Los, geht schon. Hey, hey, hey. Mal sehen, was es da noch bringt. Puh. Hier, bitte. Ich bin schon fertig. Und, was habe ich gelernt? LK lernt. Er lernt innere Kraft. Irgendwas. Irgendwie müssen wir dieses Dorf hier finanzieren. Zehren. Zehren. Wie viel Kohle habe ich noch? Ich kann noch drei weitere Gegenstände verzaubern. Licht. Dann mal her damit. Dann brauche ich nur noch 2500 Zinni für den letzten Gegenstand. Lässt sich ja wohl aufkratzen. Und? Selbstsegnung. Ich mache mal Spaß, noch mehr Erdfrost. Okay, geht nicht. Mit Feuer. Weil Maraline mit Magie besser umgehen kann als... ...Lia. Berserker. Also. Techniken. Also, sie hat innere Kraft. Kurzzeit. Erhöht Kurzzeit. Take. Ja. Alle Werte um 20%. Jedoch nach einem... Jedoch nach jedem Zug... Jedoch nach jedem Zug Schaden verursacht. Oh. Böse. Erhöht... ...hat... ...ge... ...die kurzzeitig das Tempo halbiert. Stärke jedoch verdoppelt. Hm. Und du hast Selbstsegnung. Kurzzeitig... ...beide Verteidigungs... ...pfff... ...Verteidigung halbieren? Bin ich... ...bin ich verrückt oder was? Die paar... ...paar davon hörten sich ja interessanter an, aber... ...Rüstung? Bei der Heilerin? Halbieren? Also, das kommt ja in tausend Jahren nicht infrage. Außer, ich vergewaltige sie irgendwann mal als... ...Angriffsmagierin. Dann wäre das schon was anderes. Hm. Du, du... So, wie es aussieht, dürft ihr mir jetzt doch beim Training zusehen. Wo zum Teufel ist denn der Rest hin? Und du... ...du? Na, aber diesmal weiß ich, was zu tun ist. Und noch mehr zum... Oh. Ist das ein Gegner oder ist es zufällig? Wieso reagiert Stevie jetzt eigentlich drauf? Hm. Oh! Da hab ich wohl jemanden sauer gemacht. Hm. Ja, dann mal probieren. Innere Kraft, naja. Konfurspitze. Du machst mal den... Wann mal. Ja. Einfach mal Selbstsegnung. Letzter Stich. Aber alle Werte um 20% sind natürlich schon was Süßes. Bam. 5000. Der macht's jetzt doch nicht so extrem viel her. Aber das für Marlene ist schon nett. Was? Hallo, haben wir gerade einen Kampf ausgetragen? Cool, der Typ kämpft im Schlafen. Was soll denn das? Das ist kein besonders vornehmliches Verhalten. Hm. Tut mir ja leid. Wir Schuppenträger sind halt sehr leicht reizbar, sondern besonders, wenn man uns einfach auch so aus dem Schlaf reißt. So spät schon. Ich muss sofort nach Hause. Der Werft wird mich umbringen. Ach, das sind die, die... Unerhört! Das... Geil, ich hab noch eine Side-Quest. Das sind die, die ich für den bisschen mal... Ich nenne jetzt einfach mal Bücherladen brauche. Supi. Vielleicht während des Trainings auch noch was für den Kampf, wenn wir Quest erledigen. Und draufhauen. Endtag ist die Nische. Ich frage mich, ob ich mit einem Mitarbeiter bereits einen Vorteil erringen kann. Beziehungsweise die Fikola habe ich noch längst nicht genug. Hm. Ich will nur wissen, ob ich mit einem Mitarbeiter schon was anfangen kann. Wenn nicht... Egal. Dann suche ich halt alle vier. Und da der hier doch recht nah war, gehe ich davon aus, dass die nicht so extrem weit voneinander entfernt sind. Was ist das jetzt eigentlich für ein Laden? Stalker-Knuppen-Organisationen. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Oh ja. Jetzt komme ich an das Zeug ran. Da liegt mein Aufgabenbereich. Schon so dicht am Arbeitsplatz und ich verschlafe dennoch. Das war peinlich. Und der Chef ist gar nicht... Ich fand's gar nicht lustig. Aber nun, was passiert ist, ist passiert. Ich bin auch sehr dankbar, dass ihr mich geweckt habt. Deswegen denke ich, es ist schon in Ordnung, wenn ich euch erlaube, einen Blick in meine gesammelten Unterlagen zu werfen. Naja, falls euch das... ...jedenfalls interessiert. Hm. Also. Wenn ich mal... Halt. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass eine der Akten mit Lias Namen betitelt ist. ...her damit. Name Lier, Alter 19. Heimat... ...Ak... ...Ak... ...Aktica... ...Klasse Samurai. Waffe... Schwert. Element... Donner... ...Familie... ...Vater Onel... ...besetzt keine Mutter. Er hat sich selbst gesprengert. Kraft.b Magie.e. Stärke A. Geschicklichkeit Tempo und Mentalität c. Großes Wissen und scheint eleganz zu sein. Ziemlich vorsichtig und geht nur selten Risiken ein. Halt, ich muss mir gerade mal... Schaut jetzt mal genau in Richtung Tür. Ja, da sind die anderen vier Echsen. Die anderen vier Echsen konnte man dort sehen. Aber anscheinend bringt mir das jetzt nicht ganz so viel. Außer vielleicht gibt der mir ja Belohnungen. Auf jeden Fall darf ich da in Akten einschauen. Ich habe das Gefühl, dass in jedem Gebiet, wie es normal... Na gut, nicht unbedingt in jedem, aber... Ich schaue mich jetzt noch ein bisschen hier um. Vielleicht finde ich ja noch ein paar von denen. Sind ja insgesamt nur vier. Ob die auch in den alten Welten rumschnoren? Wenn ja, dann kann das Suchen dauern. Aber ich bin jetzt nicht hier zum Suchen, sondern zum Trainieren. Hmm, 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 hmm. overwhelm Da, 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 da... Vor allem würd mich mein Rikas Stärke Vertrauen interessieren, F. Obwohl, E schien die alles schlechte zu sein. Ich wusste, die Erliya hat kaum Mentalität. Dass Verteidigung nicht als Wert dort zählt, naja, wird als Geschicklichkeit benannt. Ich frage mich, was Lias andere Fähigkeit noch ist. Ach nebenbei, die alte Oma. Level 40! Ja, das heißt, vielleicht werde ich die Fähigkeiten niemals in dem LP sehen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da そう. Na, vielleicht ist eine von den Echsen hier im Eisgebiet eingeschlafen. Wobei es dort schon die gefährlicheren Feinde gibt. Aber wahrscheinlich weniger bringt. Ähm, Level up für Lya. Hah! Langsam machen sich die Einheiten Einheiten Cha Ha K T Tere K art in den dann den dann da 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 de da Gut, fehlt nur noch einer, der ja noch nicht 27 ist. Ich trainiere und weiche trotzdem wegne aus. Einfach nur, weil mich diese Echsenarten von interessieren. Und wieder DK-Musik. Wollen wir. Okay, das ist nicht die Echse, die ich suche, aber das Char-Set passt schon mal. Machen wir halt Eis-Pfeile, wie komme ich denn darauf, dass das da irgendwas bringt? Ich frage mich, ob mit alle Werte wirklich alle Werte genau meint sind. Oder nur ein paar bestimmte Werte, wie Stärke, Geschicklichkeit. Weil wir in HP und MP auch noch mit 20% erhöht werden. Schön. Schläft hier eine Echse? Schläft hier eine Echse? Vielleicht dort, wo ich Marisch und Rico Cash oder wie er nochmal hieß gesehen habe. Ich brauche noch eine schlafte Echse, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Ich habe ein kaputtes Fenster gehört. Okay, jetzt noch dort oben gucken. Ansonsten ist er jeweils in den anderen Gebieten, weil hier ist ja die östlichen Reiche, also die östlichen Gebiete. Das heißt, im Osten wäre einer gewesen. Vielleicht dann noch im Westen, Süden und im Norden. Halt, ich bin jetzt in den nördlichen Gebieten. In die östlichen bin ich noch gar nicht hin, weil... Wieso bin ich ja noch nicht in den östlichen? Naja, ich mache hier nochmal kurz Prose. Ich trainiere währenddessen weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Bap, bap. So, bin erst mal wieder da. Und wir wollen ja noch das Frost von Maliya verbessern. Also her damit. Also, was hat siehst du schon Schönes gelernt? Ich denke ja, was mit Geschwindigkeit würde bei ihr am besten kommen. Also, Technik, also Konzentration. Frost, die kurzzeitig die... Kurzzeitig die AP halbiert, die MP jedoch heilt und um 50 erhöht. Ehrlich, das schmeiße ich mir lieber wie normal.